Hallöchen und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem weiteren Part von Keep Talking and Nobody Explode, Blow, Blowt, mit dem guten Testralon. Hallöchen! Moin! Na, was geht ab? Ja, ich bin gespannt, ob wir noch irgendwas auf die Reihe kriegen, also ich. Ja, das hoffen wir auch. Wir spielen seit sieben Monaten mal wieder Keep Talking and Nobody Explode. Wir haben gerade eben zwei Parts für ihn aufgenommen, jetzt nehmen wir zwei für mich auf und wir sind bei 5.2 Computer Hacking. Note, Vanting Prevents Explosion. Ein Strike, acht Module, fünf Minuten und ich würde sagen, wir starten einfach. Ich wünsche dir viel Spaß, Sascha, es ist so ein Aids, dieses Ding. Ja, ich muss ja nur immer Ja drücken, wenn er da ventigen will. Ja, außer es ist Detonate. Wenn der Detonate dran steht, wäre es schlecht. Ja, ja, ja. Okay, ähm, Simon Says. Simon Says. Ich muss es finden. Oh, äh, explodiert. Oh, das war ja immer schon mal ein guter Anfang. Ja, so, das war's, liebe Freunde. Viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Nee, wir müssen es nochmal probieren. Warum wahrscheinlich, ähm... Ah, ja. Okay, ich probiere es erstmal kurz mit dem Ranting und so, ja? Klar. Okay. Ähm... Zack. Zack. Yes. Okay, gut. Ähm, wow. Simon Says? Simon Says, ja. Rot. Ähm, hast du... Gibt's Seriennummer? Mit Vokal? Ähm... Dann... Blau-Rot. Ähm... Rot... Gelb-Blau. Dann... Blau-Rot-Gelb. Warte, sag's mir gleich nochmal. Ich muss hier kurz wenden. So, jetzt nochmal. Bass-Blau. Blau-Rot-Gelb. Ja. Rot-Gelb-Blau-Blau. Ja, dann... Äh... Blau-Gelb-Gelb. Ja. Rot-Blau... Und zum Schluss Rot nochmal. Also Rot-Gelb-Blau-Blau-Rot. Blau-Rot-Gelb-Gelb... Blau. Gut. Hat sich erledigt. Ich muss... Ist das alles probiert? Nee, noch nichts. Ich muss aber wenden hier. Was kommt als nächstes? Weißt du schon? Warte. Ja, ähm... Alter, ich gucke auch nicht mehr drauf, was da draufsteht. Labyrinth. Labyrinth. Genau. Ähm... Wir sind... Also die zwei Punkte sind bei... Äh... Sind einmal oben links, eins nach rechts und unten links, eins nach rechts. Ja. Gut. Sind wir der Rote oder das Weiße? Das Weiße sind wir. Das Weiße. Dann... Also das... Äh... Das... Ähm... Detonate. Nö. Äh... Wenn Ding ist, ja. Ja. Ich komme gleich zu dir. Wir haben noch Zeit. So. Ähm... Ähm... Äh... Eins nach rechts. Ja. Eins nach oben. Ja. Eins nach rechts. Alter, ja. Zweimal runter. Ja. Eins links. Ja. Eins runter, eins links. Noch eins links. Ja. Dann eins runter. Ja. Zweimal rechts. Ja. Eins runter. Ja. Dann bis ganz nach ans Ende, dann links. Ja. Und dann hoch. Gut. Ja, das war's. Fertig. Mit der Bombe fertig? Äh... Ne, die Bombe ist explodiert. Was? Warum? Ja, weil ich wahrscheinlich irgendwas, äh... Nicht gedingt habt. Scheiße, Alter. Hä? Kam noch ein Modul, oder was? Oder warst du nicht rechtzeitig da? Ich war nicht rechtzeitig... Also, ich hab nicht gewendet. Weißt du, wie ich mein? Ja, ja. Aber gab's danach noch ein Modul, oder warst du nicht rechtzeitig da, bevor es explodiert ist? Ich war nicht rechtzeitig da, bevor es explodiert ist. So, wir fangen an mit dem Labyrinth, okay? Jo. Ähm, oder ne? Wir machen Simon Says. Ja. Gut, Simon Says ist blau. Äh, 7 Nummer Vokal. Äh... Nein. Kein Vokal, okay. Blau. Ja. Ähm, gelb. Ja. Blau, grün. Dann gelb, grün. Gut. Das hab ich jetzt nicht gesehen. Blau, grün, gelb. Gelb, grün, rot. Warte. Gelb, grün, rot. So, Moment. Ich muss alles wieder entwenden. So. Blau, grün, gelb, grün. Ja, dann blau, grün, rot, grün. Ne, blau war falsch am Anfang. Äh, gelb, grün. Gelb, grün, gelb, grün, grün, rot, grün. Ja, aber ich hab blau zuerst gedrückt, weil du blau gesagt hast. Alter, wir sind immer noch bei der ersten Bob. Läuft auf jeden Fall. So, wir fangen an mit Simon Says, okay? Jo, Bokal. Ähm, 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 nein. Kein Bokal, gut. So, zack, 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 zack. So, okay. Simon Says, kein Bokal und es leuchtet zuerst gelb. Rot. Gut. Gelb, rot. Rot, blau. Rot, blau. Gelb, rot, grün. Äh, dann... Rot, blau, grün. Gelb, rot, grün, blau. Ähm, rot, blau, grün, gelb. Ja. Warte, ich muss ja spenden. Gut. Ähm. Gelb, rot, grün, blau, rot. Dann... Rot, blau, grün, gelb, blau. Gut. Hammer. So, jetzt wende ich mal kurz. Alles hier. Ja, können wir machen, von mir aus. Das ist ein Labyrinth. Ähm. Die Kreise sind rechts oben, zweimal nach unten, einmal links. Ist der eine und der andere ist rechts unten, zweimal nach links einfach. Mhm. Wo bist du? Ja, Moment. Ich wende hier gerade alles. Und, äh... Gott, habe ich. Ähm, also wir sind das Weiße, gell? Der Weiße ist rechts oben, zweimal nach unten. Sind wir? Ja. Und das Ziel ist links unten, einmal hoch, einmal rechts. Dann gehst du ganz runter bis zur Ecke. Ja. Dann eins, zwei, drei, viermal nach links. Ja, zwei, drei, vier. Und dann ist es über dir. Ja. Dann einfach hoch. Gut. Stimmt. So, ich mache hier nochmal Ventgas. Ventgas. Was kommt jetzt? Ventgas. Ähm. Warte raten. Wir haben noch zwei Minuten, also das passt. Mit den verschiedenen Buchstaben? Oh, ne. Können wir? Mhm. Okay, der erste Buchstaben könnte sein, ein A. Mhm. Ein Y. Ja. Ein O. Mhm. Ein V. Mhm. Ein C. Ja. Und ein F. Okay, jetzt weiter. Okay, ähm, zweite Buchstaben könnte sein, ein X. Mhm. Ein B. Ja. Ein Z. Mhm. Ein Y. Mhm. Ein P. Mhm. Und ein D. Mhm. Gibt's beim dritten ein O? Du musst gucken. Ja. Probier mal About. Ähm. O. O. Gut. Gepackt. Fertig? Ja. Bombay's ready. Easy. Locker vorm Hocker. Nice. So, time remaining, bla bla bla, bla bla, bla bla, best time, bla, okay. Gut. Continue. So, Bombs. Äh, 5.3 ist, who's on the first? Äh, genau. Also, vier Strikes, äh, ne, ein Strike, vier Module, 3,30. Ab die Post. Vier Strikes, ein Modul wäre cooler. Das wäre echt geil. Würde ich einfach selber raten. Da bräuchte ich gar nicht. Ja. So. Ah, ja, das sind die Wörter mit den sechs Dinger runter. Das wollen wir bei euch. Ach, ja, das viermal. Okay, C, E, E. C, E, E. Wo bist du? Du bitch. Da, rechts unten. Also, U, H, U, H. U, H, U, H. Ja. Äh, mhm. U, H, U, R. U, R, ne. U? Ja. Gut, passt. Äh, nächstes ist Blank. Rechts, Mitte. Done. Done. Wo willst du? Da, ähm. Schur? Nein. U, H, H, U, H. Ja, hab's. So, das letzte von diesem Modul ist C, E, E. Rechts unten war's, gell? Ja. Okay. Ausgeschrieben? Ja, okay. A, Y. Also, O, K, A, Y. Mittel? Nein. No. Ja, gut. Nächste. Hold on. Hold on. Rechts unten. Mittel. Blank? Nein. Ready? Nein. Okay. Nein. What? Na, ja. Read. R-E-A-D. Reason. Ähm. Rechts, Mitte. Rechts, Mitte. Okay. Mittel? Nein. Nein. No, nein. First. Nein. Yes. Yes. Okay. S-A-Y-S. Mhm. Rechts unten. U. Nur U. Nur U. U-H-H-U-H. Ja. Blank. Schau wieder. Rechts, Mitte. Okay. Mittel? Nein. No. Nein. First? Ja. First. First. Rechts oben. Okay. Wie auf kommt das eigentlich? Mittel? Nein. Ja, doch. Doch, passt. Okay. You are. Also ausgeschrieben. You are. Rechts unten. Äh, you are. Auch ausgeschrieben. Ähm, you are. Ausgeschrieben? Ne, Y-U-U-R. Gut, perfekt. Red. Also rot. Red. Rechts, Mitte. Ready. Ähm, yes. Gut. Wir haben noch 40 Sekunden. Äh, read. R-E-E-D. Links unten. You are. Ausgeschrieben. You are. You are. Ja, nein. Next. Ja, mit U-R oder ausgeschrieben? Y-U-U-R. Nein, nein, nein. Okay, next auch nicht. Like. Auch, ja doch, okay. Wir haben noch 20 Sekunden. Lead. LED. LED. Ja. Oder zwei E. Links Mitte. Äh, what? Fragezeichen. Ist relativ weit unten. You. Ausgeschrieben. Also, Opsilon O-U. Ja. Gut, wir haben es geschafft. Ja? Ja. Fünf Sekunden. Oh mein Gott. Gott sei Dank kam die gleich am Anfang. Scheiße. Nice, nice, nice. Ja, ich kann es irgendwie besser als du. Kann das sein? Ja, das kann sein. Continue. Puh, können wir noch eine machen? Oder ich klicke einfach schneller. Ja, wir probieren noch eine, okay? Okay. Äh, you have all the experience you need to defuse this. You just need to ex... Must execute. Ah, okay. Fünf Minuten, sechs Module, drei Strikes. Ab die Post. Hm. Schauen wir mal. Gut. Ähm. Oh Gott, jetzt geht's los, ey. Wir fangen an mit... Oh nee, da ist auch so ein Modul dabei. Ähm. Wir fangen an mit Simon Says. Blau. Vokal? Äh, Vokal. Nein. Dann gelb. Gut. Blau-gelb. Dann gelb-rot. Dann blau, gelb... Blau. Gelb-rot-gelb. Blau. Gelb-blau-blau. Ja, dann gelb-rot-gelb-gelb. Gut. Als nächstes normale Kabel, die einfachen. Sechs Stück. Sechs Stück. Ähm. Ähm. Ist da... Sind da keine gelben Kabel? Doch, eins. Ist da genau eins? Ja. Ist da mehr als ein weißes? Nein, genau ein weißes. Ähm. Sind da rote Kabel? Ja, zwei Stück. Dann vier. Gut, ist richtig. Ich hab 40 Sekunden Zeit. Äh, das ist so ein Modul, wo Xen dran steht. Äh, unten leer, leer, unten beide Xen und unten leer. Warte, was? Das ist so ein Endmodul, so ein Bomben-Ding, wo es sofort hochgeht, wenn man es falsch macht. Die kommen ganz zum Schluss. Äh. Mit Xen? Ja, das sind so Lichter. So Lichter, wo leuchten und andere leuchten nicht. Das ist ganz unten, aus dem Gesang. Ja. Das sind so relativ weit unten, bei dem Bomben-Modul-Ding. Ah, ja, ja, ja. Und das Subject of Nobs. Gut, ich hab's funktioniert. Ich hab's selber gemacht. Scheiß drauf. Ähm. Ja, das ist klar. Ja. So. Ein gelber Button, wo er Bord draufsteht. Ach, nee, ich hab's falsch gemacht. Da war ein Ding. Gelber Button, wo er Bord draufsteht. Ähm. Gelber Button, wo er Bord draufsteht. Ja. Äh. Ist der Button blau? Nee. Öfter ist blau, dann ist da mehr als... Nee, warte. Ist der Button ist white, öfter war. Äh, sind da mehr als zwei Batterien? Nein, zwei. Ähm. Der Button ist gelb. Ja. Ähm. Sag mal Farbe. Gelb. Achso, draufdrücken oder was? Ja. Äh, gelb. Bei einer fünf. Gut. Wort erraten. Erste Buchstabe R. Warte. Warte. Weiter. Hab rausgefunden. So, letztes. Ähm. Horte, äh, Kabel. Vertikale Kabel. Mit LEDs und Sternchen. Ich hab das Wort gerade selber rausgefunden, Alter. Jetzt kommen wir aber nochmal zu dem zurück. Zu dem, was wir hatten. Also das mit den, mit den Lichtern, wo nach 40 Sekunden jetzt runter geht. Äh, okay. Was mach ich da? Äh, da ist ein, eins oben, eins, also bei dem ersten Leuchten nur das obere, beim zweiten nur das untere, beim dritten nur das obere, beim vierten nichts, beim fünften nur das obere und beim sechsten nur das untere. Jetzt musst du mir sagen, links, rechts. Down, down, down position. Gut. Okay, das war's schon. Ähm, und jetzt vier Kabel sind es noch bei horizontalen Kabel. LEDs und Sternchen. Das erste Kabel ist rot mit einem Sternchen. Okay, rot. Und Sternchen. Das ist rot, das sind Strichpunkte und kleine Punkte. Rot, Sternchen, C, schneiden. Gut. Ähm. Ja, ich hab selber rausgefunden. Zwei Sekunden, Alter. Alter, halt zum Maul. Ernst du? Zwei Sekunden, ich hab selber. Die Hälfte selber raus. Ich hab alles selber rausgefunden. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich kann auch einfach weggehen, oder? Zwei Sekunden und 82 Millisekunden, das Ding wäre auch gegangen. Ich hab einfach Kabel durchgeschnitten und das war's. Und ich hab von da ins Grün geleuchtet und war ich zufrieden. Gut, so liebe Freunde, so kann's auch mal laufen. Also auf dem Bildschirm stand ja, ich hab jetzt alles, was ich benötige, um diese Bombe zu entschärfen. Und ich glaub, ich hab das jetzt gut unter Beweis gestellt, dass ich wirklich alles dazu hab. Und dasselbe auch kann. So, liebe Freunde, mit diesem Abend. Ich hab mich jetzt mal weg. Ja, aber du machst die nächsten Fahrrad einfach alleine. Genau, also. Die nächsten Folgen hört er dann den Testrallo leider nicht mehr, weil ich schaff's ja jetzt halb. Alter, was fantastisch gerade eben, Junge. Nice, Mann. Läuft bei dir. Ja, auf jeden Fall. Gut, liebe Freunde, mit dem würde ich mich jetzt tatsächlich dann verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Keep Talking and Nobody Explode. Wenn hier, wie auf dem Bildschirm gerade zu sehen sind, die letzten paar Bomben, das sind ja noch ordentlich welche, machen. Also, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Danke, Leo, fürs dabei sein. Schaut mal bei ihm vorbei. Er macht Mittelklasse-Videos, so normal halt. Nein, war ein Spaß. Guck bei dem vorbei, macht echt geilen Shit. Vor allem, wenn er euch für RPG-Maker oder sowas interessiert, ist das genau das Richtige für euch. Wenn nicht, hat er auch noch andere coole Videos drauf. Schaut mal bei ihm vorbei und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich sag danke fürs Zuschauen, hau da rein. Bis dann, tschüss. Ciao.